Erstmal bin ich super froh, dass wir wieder an den Start gehen dürfen mit dem Concorso. Wir haben natürlich wieder wie immer unsere acht Klassen und dementsprechend um die 50 Fahrzeuge, die wir präsentieren. Es ist ein Glück, dich hier in der Villa Deste zu sein. Ich bin froh, dass wir zurückkommen zum Concorso d'Eleganza, wie wir ihn kennen. Elegant und sportlich, eine von Omaar-Dedicated für die pläzige Reise in 2. Der Concorso d'Eleganza in Villa Deste ist für mich ein sehr, sehr spezielles Event, denn es ist eine Zelebration des Auto-Designes. Beim BMWM besonders gefällt mir die ganze Leidenschaft, die die Marke mit sich bringt, der Kern der Marke, die Fahrfreude, die die Autos vermitteln, das bietet kein Mitbewerber, keine andere Marke. Wir haben wirklich car-enthusiast, die jeden Jahr kommen, die uns beherrschen. Und natürlich, es gibt hunderten Medien, die uns mit uns während der Woche. Die Besucher hier können sie historische Fahrzeuge sehen, aber sie bekommen auch eine Glimpse in der Zukunft, und ich denke, das ist ziemlich brillant. Die Fahrzeuge hat eine Sprache, und nicht sagen, das ist Musik in meine Augen. Wenn wir so viele wunderbare Autos einmal zusammenkriegen, dann denke ich, ist es ein so spezieller Anlass, und den darf man nicht nur mit so wenigen Leuten teilen, den muss man einfach mit mehr Menschen teilen. Heute bin ich hier, racing in der Simulator und representiere BMW Classic als Brand Ambassador. Also, ich liebe es. 1 3 4 3 4 5 4 It's very special to us, it's our first time to Villadesque, to the Concourse, and we made so many amazing people, made so many friends.